So. Nächster Level. Mal sehen. Okay, ich kann mich auch noch ein wenig daran erinnern. Anderes Level, aber auch nur noch vom Aussehen her und nicht mehr vom Verlauf. Oh, nicht schon schlecht. Oh Gott. Da habe ich versehentlich die Cola gekillt. Okay, ich muss vorsichtig sein. Ich glaube, ich müsste dann auch... Ja, im Verlauf, genau. So. Was mache ich denn? Ich weiß auch nicht warum, aber ich schieße gerade irgendwie zu unpassenden Zeitpunkten. Okay, und hier komme ich dann also wieder an den Anfang zurück. Nein. Ja. Okay, wo bin ich hier? Und das Level ist nämlich an sich recht groß, also. Oder... Nicht so übersichtlich halt. Why Baldaduke, not even Commander Keen, could survive the perils of my Mercury Mines. Oder Mercery, keine Ahnung, wo man das ausspricht. Was hat der gegen Commander Keen? Ich bin so ein Retard. Egal. Einfach nochmal neu hoch. So. Das ist mir fast wieder passiert. damit kann man jetzt sich sofort bewegen das war mit den händen an dem dingens dran aber so könnte ich doch bestimmt hier schon extra ein ballon an den dinge kann ich mir also festhalten sehen was da oben noch ist da durch überhaupt ich glaube das geht von der seite gar nicht das ist Ah, okay. Ah, okay. So komme ich nur so hin. Verdammt. Mies. Okay. Mal sehen. Das ist alles nur TNT. Oh, diese Flammendinger, die sind mies. Weil die kann man tatsächlich nicht töten. So. Muss ich wieder zurück. Ist eigentlich hier noch. Bis der da wieder hochfliegt, da will ich keine Lust zu haben. So. Okay. So. 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 Ok, was ist hier noch? Nichts. Hier wäre noch ein Teleporter, aber ich will mich noch vielleicht ein bisschen mal an hier. Irgendwas muss ich ja hier noch machen können, oder? Ach, scheiß drauf, da komme ich wahrscheinlich eh nur mit dem Teleporterhof, indem wir einfach reingehen. Ok, wo bin ich jetzt? Ah, ok. Aha! There are several secret bonuses you can earn on each level. Register to get a complete list. Ähm, aha. Ich denke mal, das mit dem Registern ist vielleicht schon ein bisschen zu lange her, dass ich das machen könnte. Aber man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Ciao!